Fünf Testtage in Derendingen. Die Bauer Hausmar denkt, fährt jetzt zum Test eine Zusatzung auf die Strada. So, jetzt fahre ich einen KTM, wie heisst der? Ein KTM 1290. Super Adventure, der muss noch getankt werden. Jetzt wird der Sport, oder was ist der Wunsch zwischen Streit und Sport? Der Sport hat einfach die Aktion und das ABS. Die Rute ist eine Street-Certie. Ja, das ist eine Street, ja. Die Heizigau aus, ja. So, das ist doch cool, hier hat man Tempo gemacht. Das ist gut, ja. Haufen stellen, runter stellen, bremsen, kann man noch rausnehmen. Ja, fällt der raus. Ja, ich nehme ihn aber jetzt raus. Ja, dann tue ich es. Schöner Einen. Dr. Bauer Halsibert, jetzt einen KTM 1 Zylinder 690. Das ist gut, ich nehme die andere Sachen. Welche Rettigate-Type ist das? Also, desto höher die Zahl, desto mehr kommt der Leibn. Also, desto weniger Leibn. Nein, desto weniger Leibn. Ja, ja, ja. Aber, ähm, das ist... Das ist... Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Das ist gut, der ist der Wahnsinn. Aber, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Er ist der Wahnsinn. Ja, das ist der Wahnsinn. Okay. Prima, wir haben ihn. Das ist der Wahnsinn. Wir haben den Wahnsinn. Musik Ich habe eine Schläglagenfahrt. Ich habe ja auch keine Tour gemacht. Gewaltig! Ich habe ja keine Tour, oder? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018